Das war jetzt sehr schön. Wir liegen hier am Boden, weil die Klimakrise Tausende von Menschen in die Flucht greift. Laut VFs soll es bereits im Jahr 2030 200 Millionen Menschen sein, die wegen der Klimakrise fliehen müssen. Und ganz viele Menschen werden auch wegen der Klimakrise sterben. Wegen Dürre, Hungerflöten und so weiter. Deswegen stellen wir heute nach, was die Klimakrise verursacht. Nämlich den Untergang unseres Planeten und der Socke Tausende von Toten. Deswegen sind wir hier und kämpfen als Jugend für unsere Zukunft. Darum Leute, lasst uns auf den Rufen. Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Zukunft traut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft traut! Climate Justice! Now! Climate Justice! Now! Climate Justice! Now! Wir sind laut! Abwärm ist! Noch nicht nur! ested mit Du! Na,시매! Untertitelung des ZDF für funk, 2017